ihr freunde was geht habe ich auf euch geht es gut heute ist mein thema kitkat also ich finde kitkat allgemein ist jetzt nicht so mein ding sagen wir es mal so genau und aber ich finde kitkat ist eigentlich schon sehr aktiv zum beispiel jetzt mit schokolade oder mit kaffee bisschen ok aber wie gesagt kitkat ist noch nicht so mein ding als kind war das immer so mein ding aber heute nicht so aber ich esse es trotzdem warum auch immer es schmeckt auf einer seite schon gut wenn man es ist aber auf einer seite fragt man sich warum man das ist ich finde die schokolade schmeckt gut aber das innerliche die waffel ich weiß nicht ist nicht nur mein ding aber ihr könnt mir in die kommentare schreiben ob ihr auch kitkat ist oder einen daumen nach oben lassen oder einen daumen nach oben wenn es nicht ist genau macht es mal freunde also schmeckt schon aktiv freunde aber keine ahnung ich weiß macht jetzt nicht so viel gern sind aber ich esse es trotzdem freunde ja und ich würde sagen wieder schon reingehen wir sehen uns morgen und ja bis dann gute nacht ja wahrscheinlich guten nacht einen schönen Abend euch noch ciao